Hi meine Hübschen! Ja, ich habe ein kurzes Outfit of the Day für euch und zwar habe ich mich wieder von der lieben Kim inspirieren lassen. Ich trage eine einfache Blue Jeans mit so einem etwas breiteren Gürtel, beides ist von Madonna und dazu einfach nur so ein ganz normales Basic Shirt, das geht bis hier von den Ärmeln her und das habe ich schon Ewigkeiten, das habe ich mal in irgendeiner Boutique gekauft, ich weiß nicht mal wo. Und dazu so ein Bläser, der glänzt so ein bisschen, ist etwas kürzer geschnitten, der ist von New Yorker und dazu trage ich noch mal eine Kette von New Yorker, ist wie so eine Uhr gemacht, wie so eine Taschenuhr, finde ich voll cool und ganz einfache goldene Ohrringe. Jetzt zeige ich euch noch mal meine Schuhe. Sie sehen so aus, sind so eine Orany-Stiefel, die habe ich letztes Jahr mal bei Deichmann gekauft und das ist so Wirtleder-Imitat, die gehen eigentlich noch höher, aber ich klappe die immer um, weil ich das irgendwie komisch finde, wenn die so bis hier gehen, das finde ich sieht nicht so gut aus. Und ja, ich glaube das war es eigentlich schon, meine Lieben, ich hoffe ich habe nichts vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ich hab euch lieb! Bis dahin, ich hab euch lieb! Bis dahin, ich hab euch lieb!